Verlittst du mir, was du da eigentlich machst? Ich hab Gewissheit, dass Brunnhilde auf Kärndyland ist. Sicher, dass es ist? Er hat sie nicht namentlich erwähnt, aber es ist eine junge Sklavin mit Peitschenarben und deutschen Vorbesitzern. Man soll sich zwar nie auf Mutmaßungen verlassen, aber hier denke ich doch, dass es ziemlich wahrscheinlich ist. Der springende Punkt ist, lass dich bloß nicht so gehen mit deinem Drang nach Vergeltung. Verlier das Ziel nicht aus den Augen. Ich verliere das Ziel aus den Augen? Ja, allerdings. Hör auf, Kärndy zu verärgern. Ich verärgere ihn nicht. Ich mache ihn neugierig auf mich. Du schreist und beschimpfst diese armen Sklaven. Ich erinnere mich an einen Mann, der von mir verlangt hat, dass ich einen anderen umringe vor seinem Sohn, ohne mit der Wimper zu zucken. Etwa vergessen. Hab ich natürlich nicht vergessen. Du hast mir gesagt, das ist meine Welt. In meiner Welt macht man sich schmutzig. Und das mache ich jetzt. Ich mache mich schmutzig. Ich sage ehrlich zu einer Kopfschmutz. Hike gehen Time.